Hallo Freunde und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir machen heute die restlichen Merlins Aufgaben, die in Teil 1 des Videos gefehlt haben. Die hole ich hier nochmal nach. Sorry an dieser Stelle, dass nicht alle drin waren sofort. Und dann starten wir hier direkt gleich los. Däumchen hoch und Abo dalassen, wenn ich euch helfen konnte. Und ja, hier haben wir wieder so eine Merlins Aufgabe, die im ersten Video nicht behandelt wurde. Da werfen wir einfach unseren Malvenkraut mal drauf. Und da ist es so, dass sich hier dann immer solche grün leuchtenden Dinger bilden. Das heißt, ihr müsst einen gewissen Parcours ablaufen und hier nicht den Boden berühren zwischen den einzelnen Plattformen. Eigentlich relativ easy. Das habt ihr dann auch somit erledigt. Diese war sehr, sehr leicht, muss ich dazu sagen. Es gibt aber auch noch schwerere. Zeige ich euch jetzt hier gleich noch ein Beispiel. Hier zum Beispiel haben wir noch ein Portal, wo dann wieder diese Blätter leuchten. Da müssen wir von Stein zu Stein springen. Dürfen natürlich nicht runterfallen auf dem Boden. Sonst müssen wir das Ganze wieder von vorne machen. Ja, und das ist natürlich eine gewisse Geschicklichkeitsarbeit. Aber es geht noch viel, viel leichter, Leute. Denn, was viele vergessen, man kann natürlich hier seinen Besen rausholen. Und mit dem Besen ist es halt echt super easy, weil man ja natürlich nicht auch den Boden berühren kann, sondern halt fliegt. Und da kann man dann einfach die einzelnen Statuen abfliegen. Ich zeige euch das jetzt hier gerade nochmal. Also Malvenkraut wieder raus. Und da haben wir jetzt genau so eine Stelle, wo wir eben auch wieder über diese Steine hopsen müssten. Holen wir einfach einen Besen raus, fliegen hier so drüber, berühren das einmal kurz, die Oberfläche. Und wir können ja gar nicht runterfallen. Berühren das dann hier wieder kurz und hier auch. Hier nochmal und dann hier drüben. Also wirklich sehr, sehr einfach. Einfach mal einen Besen dann machen. Ist ein bisschen ein kleiner Trick für euch, die die Geschicklichkeitsprüfung nicht unbedingt machen wollen. Ja, Freunde. Kommen wir noch zum nächsten, was noch im Video 1 nicht dabei war. Hier haben wir wieder so eine Mehrdienstprüfung. Und zwar geht es um diese Steine hier. Ihr seht das schon. Da sind solche Steine mit so einem Würfel oben drauf. Und da brauchen wir einmal den Zauber Flippendo. Also diese Würfel müssen wir dann mit dem Flippendo-Zauber in die richtige Rotation schieben. Die Zeichen müssen also übereinstimmen. Das heißt, wir müssen von jeder Seite aus so ein bisschen den Würfel drehen, bis das eben passt. Und wenn das dann passt, dann ist es so, dass sich diese Ranken festmachen. Jetzt passt es so. Und dann kommen Ranken um diesen Stein herum. Damit ist der erste Teil erledigt. Insgesamt gibt es davon immer drei Stück. Und da müssen wir alle drei flippen, damit wir entsprechend hier das Loitzel lösen können. Hier ist jetzt noch der nächste. Das schauen wir uns gerade nochmal an. Wir müssen also dieses Symbol... Die Symbole müssen alle gleich sein. Ja, und jetzt hauen wir einfach hier so lange drauf, bis das ungefähr passt. Natürlich, wenn wir die Seite wechseln, können wir das Ganze so ein bisschen rotieren. So passt es dann wieder und dann haben wir das auch erledigt. Gehen wir hinten noch zum dritten Würfel. Eigentlich auch easy. Gehen wir nochmal hin. Den Pulso auf jeden Fall benutzen, damit dieser Würfel geflippt werden kann. Zack, machen wir nochmal. Und hier jetzt auch nochmal. Und dann haben wir den eigentlich schon gedreht. Alle drei Steine gedreht. Damit ist die Prüfung beendet. Und ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Prüfung, die im letzten Video nicht gezeigt worden ist. Die ist aber auch relativ einfach, sage ich jetzt mal. Denn hier ist es so, dass wir eben Steine kaputt machen müssen. Das können wir allerdings nicht mit dem normalen Zauber machen. Sondern da müssen wir erstmal den Zauber wechseln. Und zwar zu dem Feuerzauber. Das machen wir hier einmal. Nutzen den einmal. Das ist hier Confizio oder wie er heißt. Ich weiß nicht ganz genau. Aber dieser rote mit dem Explosionszeichen. Und da müssen wir einmal die ganzen Steine hier platt machen. Und es gibt ja meistens so, das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es fünf, manchmal gibt es acht. Also ganz unterschiedlich. Aber wenn ihr diese Steine alle zerstört habt, dann habt ihr das Ding eigentlich auch schon erledigt. Ja, da gibt es noch eine Mehrdienstaufgabe. Da müsst ihr irgendwelche Banditen fangen. Die müsst ihr halt einfach platt machen. Das ist jetzt nichts Großes, was man erklären müsste. Deswegen lasse ich das jetzt hier an der Stelle raus. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry nochmal, dass der erste Teil nicht alle Videos, alle Mehrlins Aufgaben enthalten hat. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal nachreichen. Und wünsche euch dann noch viel Spaß bei Hogwarts Legacy. Leute, macht's gut. Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Adios und ciao, ciao.